Hallo, heute möchte ich mit euch über das Thema Transformation sprechen. Das einzige Beständige im Leben ist der Wandel. Das Leben ist geprägt von einer ständigen Veränderung und doch fürchten so viele Menschen diese Veränderung. Sie machen es sich in ihrer Komfortzone bequem, wobei Komfortzone eigentlich der falsche Betrieb ist. Denn für viele ist es eigentlich eine Leidenszone. Viele Menschen leiden in der aktuellen Situation, in der sie sich befinden und haben trotzdem noch zu viel Angst, Veränderung anzugehen. Oder sie wissen nicht, wie kann ich die Veränderung angehen, was muss ich verändern, wie kann ich das verändern. Bei all dem kann euch ein Coaching helfen. Transformation ist eines meiner Steckenpferde, da ich der festen Überzeugung bin, dass die Veränderungsarbeit ein ganz, ganz wichtiges Element ist im Coaching. Denn Veränderung passiert tagtäglich, es passiert stündlich. Sei es jetzt im Privatleben, sei es im Beruf, immer verändert sich was. Und auch wenn es zum Teil nur kleine Sachen sind. Oftmals ist es so, dass uns diese Veränderung verwirrt, verunsichert und es könnte uns helfen, wenn wir jemanden an der Seite haben, der uns dabei unterstützt, diese Veränderung zu vollziehen. Und Veränderung bedeutet nicht immer oder ausschließlich die Veränderung zum Schlechten. Erlaubt euch den Gedanken, Veränderung kann auch zum Guten sein. Nur die Angst hindert uns, diese Veränderungen zu vollziehen. Und ich möchte euch dabei helfen, euch diese Angst zu nehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr ein Thema mit Veränderung habt. Gerne beantworte ich, befragen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.